Willkommen bei Implantalk, dem neuen Magazin rund um die dentale Implantologie. Ab dieser Woche versorgen wir dich mit allen Informationen rund um das Thema Zahnimplantate und allem, was damit zusammenhängt. Warum machen wir das? Weil es momentan in ganz Deutschland kein einziges Magazin gibt, was das Thema vernünftig und allumfassend behandelt. Du hast zwar Informationen überall im Internet, einzeln hier und da verstreut, aber es gibt keine Interaktion. Du kannst die Informationen nicht verifizieren und häufig sind die Informationen schlichtweg falsch. Das heißt, wir möchten gerne Transparenz am Markt schaffen. Wir möchten dir eine Entscheidungsgrundlage geben dafür, ob ein Implantat etwas für dich sein könnte oder ob vielleicht eine alternative Versorgung die beste für dich ist. Von daher möchten wir ab dieser Woche eine Community aufbauen. Wir möchten jede Woche eine neue Folge Implantalk drehen und vor allem auch online stellen und würden uns freuen, wenn du mit Interaktionen, Fragen, Anregungen und Kommentaren dabei wärst. Zu mir, mein Name ist Dr. Stefan Helker. Ich bin Fachzahnarzt für Oralschirurgie, bin Leiter des Implantatzentrums Herne und wir sitzen im schönen Ruhrgebiet und sind spezialisiert auf eben genau dieses Thema Implantologie. Momentan setzen wir bei uns im Implantatzentrum etwa 500 Implantate. Ich werde unterstützt von einem unfassbar genialen Team von 15 Mitarbeitern und wir haben das Privileg und die Ehre, das Leben von ganz vielen Menschen verbessern zu können, indem wir ihnen wieder die Möglichkeit geben, zu kauen und vor allem eine sehr schöne Ästhetik an den Tag zu legen, sodass sie wieder lächeln können. Ja, was ist überhaupt geplant? Wir möchten gerne ein wöchentliches Format rausgeben, wie ich schon gesagt habe. Die Themen, die es in den nächsten Wochen geben wird, kannst du dir hier unten in der Beschreibung anschauen und wenn du mich und mein Team näher kennenlernen willst, dann kannst du uns auch gerne auf Instagram oder Facebook folgen. Wir würden uns echt freuen und vor allem kannst du dir natürlich auch für dieses Format Wunschthemen überlegen. Wir werden zwar am Anfang erstmal die Basics abarbeiten, gehen dann fachlich in die Tiefe, aber jeder hat seine eigenen Ängste, seine eigenen Sorgen und möchte gerne das erfahren, was für ihn spezifisch ist. Wir möchten dieses Format für euch machen, nicht für uns. Von daher, gib uns Feedback, dass wir diesen Kanal erst vernünftig groß machen und relevant. Ja, das soll es für heute eigentlich schon gewesen sein. Ich möchte mich hiermit verabschieden und würde mich freuen, wenn ich dich nächste Woche bei der ersten richtigen Folge Implantalk begrüßen könnte. Da soll es erstmal um allgemeine Themen in der Implantologie gehen. Ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Mach's gut, euer Dr. Stefan Helker. Ciao. 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 Vielen Dank.